Du hast dich gefragt, denn du warst so verliebt in einen Typen, der dir keine Ahnung übergibt. Was hat er gemeint, dass er in dir singt? Ist das etwa Liebe oder ist das Trieb? Du hast dich gefragt, denn du warst so verliebt in diesen Typen, der dir keine Ahnung übergibt. Was er auch meint, dass er alles gibt. Ist das etwa Liebe oder ist das Trieb? Er nimmt sich Zeit, doch geht zu weit. Das, was ihn treibt, seid ihr zu zweit? Er ist bereit. Und mit der Zeit musst du verstehen, die Sehnsucht wird vergehen. Er hat dir gesagt, er hat so verliebt und dass es außer dir keine Ahnung übergibt. Was hast du gedacht, als dir nichts an uns blieb? War er wirklich lieber oder war er nur trieb? Wenn er dir sagt, er wäre so verliebt. Dieser Typ, der dich behandelt, hätte sie ehrlich besiegt. Was hat er gedacht, als dir nichts an uns blieb? War er wirklich lieber oder war er nur trieb? Und mit der Zeit musst du verstehen, die Sehnsucht wird vergehen. Er nimmt sich Zeit, doch geht zu weit. Das, was ihn treibt, seid ihr zu zweit? Er ist bereit und mit der Zeit musst du verstehen, die Sehnsucht wird vergehen. Die Sehnsucht wird vergehen. Die Sehnsucht wird vergehen. Die Sehnsucht wird vergehen. Die Sehnsucht wird für dich 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 Die Sehnsucht wird für dich